Sie hat die Kraft, eine Erektion hervorzunehmen. Hurruks! Huch! Warte die! Warte die! Warte die! Das sieht man hier relativ oft, ne? Durch diese ganzen scheiß großen hier. Haben sie ja die ganze Zeit geschwommen. Höh? Haben sie ja die ganze Zeit geschwommen. Na ja. Das ist genau, was ich brauche. Ich glaub hier ist ne Mauer, die du kaputt machen kannst. Ne, ich komm gleich gucken. Wie kommt ihr? Ich bin auf allen Vieren hingelaufen. Du kriegst mich nicht. Kehle durchgeschnitten. Aber jetzt stirbt doch, Junge! Junge! Muss. Hier. Ah ja. Ja, ja, ja. Das ist eine Wand, die ich öffnen kann. Na tut's auch! Also dann, weggegangen. Und die Funke, Jochen. Diese Mauer ist schwach! Genau mit deinem Verstand! Genau was ich brauchte. Doch, eh ne Ruhe. Und da fast nichts drin ist. Oh, ich hab's voll bei mir. Echt? Ja. Spacko. Bei mir war ein bisschen Geld in der Armbrust drin. Schütz! Was? Nein, ich hab den einfach mal ganz in der epischen Szene. Du weißt schon. Ne? Streich! Ins Gesicht gespritzt! Ah, genau das, was ich brauche. Genau, das hat er auch gesagt. Ja, das kümmer mich nicht. Der Armbrug. Völlig besandelt. Dieser Wimmernd unter der Dusche sitzt. Huch! Oh, die sind aber im Glücks. Töne, sie! Sie sind, wenn irgendwas mehr zu groß ist. Ich weiß es. Oh, pass auf da vorne. Ne, warte, da kommt gleich. Ganz viel Spinn. Achso, die sterben so oder so. Ah, die kämpfen doch gegeneinander. Ja, ja, ja. Das hab ich schon gesagt. Das hab ich hier durch viele Labern und gar nicht so richtig mitbekommen. Nein. Hier, Freunde! Sammelt euch bei diesem Heilsammelrecht! Genau, weil die ganz oft nämlich mit irgendwelchen Bogen und Pfeilen hier stehen, ne? Die Spinnen. Kennt man, ja! Ich brauchte Voranheilung. Lass mich das mitnehmen. Ja, da hast du aber nicht gesagt, dass du Heilung brauchst. Hm, weil eh niemand kommt. Frag dich mal, warum? Es muss immer an den anderen liegen. Das kann ich mir das nicht erklären. Achso. Nein! Aber was tust du denn? Diese vier! Ja! Ja, also diese vier! Ich würde mir das gern anders belegen, ja? Lieber schluck ich 13 Tränke als andere, um diesen Scheiß-Adler zu holen. Ich bin wichtig! Nein! Niemand braucht dich! Ich hab' keinen Kusser! Ich hab' keinen Kusser! Ich hab' keinen Kusser! Angepiekst die ganze Zeit mit dem Schnabel! Hör' auf damit! Grausame Wunzen! Ich hab' keinen Kusser! Guck! Ich hab' keinen Kusser! Ich hab' keinen Kusser! Ich hab' keinen Kusser! zusammen gebrochen emotionales fracke da geht nicht mehr viel der hat nicht nur eine schraube jetzt stirbt doch es ist so erschöpfend hoch wo bist du ich meine ich komme um dich zu retten diese netze sind als verteidigung gebaut der lustig ist tot gott sei dank es wurde auch zeit nein über tute darf man ja keine witze machen aber es macht spaß darüber zu lachen hierher zu mir wenn ihr heilung braucht zum her ich komme gleich warte ich komme gleich warte ich las mich in deine eizelle nieder so wir können mana fills keins auf ne schadet ja äußerst coole rüstung hast du an gesicht verbrannt dann habe ich selber gestrickt mit nur einer natürlich habe nur eine hand mit zehn festgehalten durchgebissen faire kaufen zum lehrmeister waldläufer die sind doch alle scheiße alle scheiße was soll das sein heißt dass mein schwert hat noch nie gekämpft nun ich weiß nicht mal ob das ein wirkliches schwert ist es könnte auch ein brief öffner sein es könnte auch ein brief öffner sein unnützige gegenstände unnütze gut so das besitze ich nicht nichts von meinen sachen die gegenstände sind alle nützlich naja das sagen immer die ganzen messis so ich brauche das zeug noch das kann man noch gebrauchen 80 kraft das ist so nicht das kann ich noch hier hinstellen das sieht gut aus das geht schon noch ich komme noch durch ich brauche nur einen ganz schmalen gang den man seitlich durchlaufen kann die 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 Ich bin ganz sicher. Dann, 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 dann. Schlech mir den Kopf ab! Aber ich bin froh. Wir werden es nie erfahren, wer es war. Stimmt, irgendwann. So ein unnützer Idiot. Der Zauberer. Der Zauberer. Wo? Ach da. Der Zauberer? Oh. Nein, nein, meine Lieben. Das ist Essen. Oh, die große Spinne. Aber es ist nicht die, die die Frodo dann... Er sagt, der Zauberer muss sterben. Hol ihn dir und verschlinge ihn. Befehlt er. Und das werde ich. Aber noch nicht. Noch nicht. Oh, die ist ziemlich cool. Die Stimme ist auch toll. Lass ihn erst noch ein bisschen hängen. Senatra. Lass ihn auf mein Verlieben. Oh, der sieht gesund aus. Wie ich drüber, ich obstehe. Dem verfaulen auch schon das Gesicht. Ich war nur der Zauberer. Das ist kaum eine Mahlzeit für Jungen. Für mich. Was ist hier los? Ich bin erschöpft. Vier. Das ist ein Fest. Sieht aus wie ne Kloake. Was denn mal machen bei ihr? Upsa. Einfach drauf schießen. Aufs Hinterteil am besten. Also aufs Hinterteil, okay. Was? Ihr sterbt vor mir, Dämoning. Kann man da den... Den Dings kann man da nicht holen, oder? Den Adler. Ne. Doch. Doch. Hat er sie jetzt getroffen überhaupt? Das kann ich noch nicht. Ich wüsste es nicht. Ha? Ich wüsste es nicht. Alter. Für sich weg währt. Das kann er wüsste. Ja. Wenn er sonst nicht viel kann. Wollen kann er. Alter. Ist so wenig. Oh nein. Spüre den Zorn der Älder. Immer wieder in deinen Schubskreis. Schubskreis meine ich. Ich töte dich mittlerweile. Ist okay. Ich hab so zugeguckt, wie sie gestorben ist. Alles einsammeln ich noch. Sind alle tot? Ja. Oh, da hinten ist noch was. Hat sie nicht, solange nicht ihr drückst. Oh. Wie bei der Geburt alle reingucken. Er lebt noch. Gewiss. Und er kommt wieder zu sich. Er sieht gut aus. Wer ist Radagast? Oh, was für eine ausgesprochen unangenehme Erfahrung. Ich werde in Zukunft fliegen gegenüber mir Mitleid zeigen. Du könntest vergiftet sein. Das Gift der Spinne kann tödlich sein. Ich habe einige Erfahrungen in der Heilkunst. Lass mich dir schnell helfen. Kein Grund zur Sorge. Tatsächlich weiß ich, dass eine oder andere übergiftet. Kein Grund zur Sorge. Mein Blutkreis noch besteht noch aus Gift. Doch töten solche Kreaturen ihre Opfer in der Regel nicht sofort. Nein, sie ziehen es vor, ihre Mahlzeiten schön lange am Leben zu halten. Wie ein Bauer einen Käse reifen lässt, um seinen Geschmack zu verbessern. Sie hat gerade genug Gift benutzt, um mich ruhig zu stellen. Und nun bin ich wieder fit. Haha, Luftsprung gemacht. Nur könntest vergiftet sein. Immer noch. Ich glaube wir hängen ihm in der Schleife fest. Sahinatra hat mich geschnappt. Mich einfach überrumpelt, schürchte ich. Frank Sinatra hat mich einfach so weggeschnappt und überrumpelt. Nein. Wirklich nicht. Nur weil ich seine CD nicht kaufen wollte. Ich kam hierher, um mich vom Ärger fernzuhalten. Schatten breiten sich aus über dem Düsterwald. Dol Guldur. Ich habe diese Klinge gefunden. Der hat das schon vor 60 Jahren. Und sie kam aus Dol Guldur im Süden. Oh. Roscobell, wo ich normalerweise lebe, liegt ein wenig zu nah an Dol Guldur, um seine Ruhe zu haben. In Dol Guldur. Also kam ich hierher. Dol Guldur. Ohhhh. Um seine Ruhe zu haben. Der hat ja gar keine Kacke mehr. Oh. Wie kommt der in die Höhle? Es ist keine Höhle, es ist Wald. Junger Belram, es ist eine Freude dich zu sehen. Du bist also auch mit von der Partie? Ein recht gut durchmischter Haufen, oder? Ich sehe Elben, Mehrzahl, Zwerge. Menschen und nicht häufig Hand in Hand. Vor allem nicht im Düsterwald. Ich sehe nicht selten Elben, Zwerge und Adler. Ich bin auch noch da. Was? Was ist das denn? Das ist ja ein Mensch. Ich bin nur froh, dass wir rechtzeitig gekommen sind. Meine Freunde und ich haben eine Mission und kommen dich um Hilfe zu bitten. Wir suchen den Drachen Burgos, der in den grauen Bergen lebt. Aber wir haben keine Zeit für eine lange Suche. Uns wurde gesagt, du könntest vielleicht helfen, ihn zu finden. Nur deswegen haben wir dich gehört. Wir wollten einen Drachen finden. Eigentlich haben wir gar kein Interesse daran, ob du lebst und stummst. Du bist unnütz, wenn du nicht weißt, wo der Drache ist. Du könntest vergiftet sein. Weise oder nicht, es ist unsere Mission. Das gibt. Weißt du, wo der Drache lebt? Das ist wie ein guter reifer Käse. Wer ist denn Drache? Also würde ich sagen, im grauen Gebirge? Die haben doch gerade gesagt im grauen Gebirge, aber wir wissen nicht wo genau. Ich würde sagen, er wohnt im grauen Gebirge. Ja. Weißt du vielleicht, wo in den grauen Bergen? Bei den sieben Zwergen. Bei den sieben Zwergen. Und Schneeflitchen. Ich habe dich vielleicht, Samo, ich habe mich völlig umsonst gerettet. Was? Du hast dir wieder in dein dummes Netz zurück. Und sterben. Nicht so schnell. Ich weiß vielleicht nicht, wo August lebt. Aber ich könnte es vielleicht rausfinden. Aber ich könnte es vielleicht rausfinden. Boah. Ich muss weg. Ich bräuchte dafür meinen Stab. Und es scheint, als hätte ich ihn irgendwo verlegen. Ich träg deine Hand raus und ruf ihn wie Thor, sein Hammer. Angezogen. Wir fanden deinen Stab. Ich habe deinen Stab in meiner Hose. Ich wusste, du würdest ihn brauchen, sobald wir dich getroffen haben. Ich wusste, du würdest ihn brauchen. Ah, exzellent. Bist du nicht schlau? Nein. Und auf deine eigene Weise gerissen wie ein Fuchs, wie ich sehe. Ich bin dir dankbar. Verachte Füchse. Oh, zack aus dem Nichts heraus. Hatte ich den in der Hand. Dann schauen wir mal, was wir herausfinden können, oder? Meine Freunde könnten das eine oder andere wissen. Freunde. Schirrub, schirrub. Schirrub, schirrub. Oh, den setze ich mir auf den Zauern. Das klingt so idyllisch. Den alten Mann. Ne, den alten. So ein Zauern. So ein Zauern. Oh. Bist du aufgefressen. Angst vor den Kögel. Jetzt stürzt du zurück auf den Zauberer. Ja. Ah, meine Augen. Was war das? Ich habe es beleidigt. Ich habe den letzten Ton falsch getan. Hast du Neuigkeiten für mich, Kleiner? Ja. Ich habe die angekackt. Ich verstehe. Ja. Alter, der ist nicht ganz knuspert. Der hat nicht nur einen Schraubenblocker. Du bist sehr mutig. Und ganz frechlich vor den Niederknüppeln. Hast du es? Ganz langsam. Hast du es? Was haben wir? Hm. Könntest du das vielleicht erklären für diejenigen unter uns, die nicht die Sprache der Schwalben sprechen? Oh, das tust du nicht? Das ist wirklich schade. Sie sind recht nette kleine Kerle. Haben immer etwas Nettes zu sagen. Na, was hatte der denn zu sagen? Guck dir das an. Recht viel sogar. Hier. Ich zeige es dir. Ohne einen Zauberspruch, einfach nur die Hand ausgestreckt. Das passiert mir auch jeden Morgen beim Waschen. Aus Versehen. Den, 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 den. Hast du über mein Angebot nachgedacht? Typ, typ. Du handelst mit Dingen, die du nicht besitzt. Mensch aus dem Süden. Deine Belohnung werde ich früh genug haben. Überleg dir gut, ob du dieses Angebot ausschlägst, Rache. So mächtig du auch bist. Du wärst gut beraten, meinen Herrn nicht zu verärgern. Ich sage nicht, dass ich ablehne. Nur, dass du meine Belohnung erst erwerben musst, bevor du sie mir geben kannst. Eine Formalität. Ich gehe mir jetzt deine Belohnung holen, aber ich lasse einige Männer hier, um deine Antwort abzuwarten. Denke gut nach, aber nicht so lange. Meine Zeit und meine Gedanken sind allein meine Sache. Vorerst. Pah, verbrannt. Ich mag Drachen. Aber Smaug hatte die geilere Stimme. Oh ja. Ich habe schon wieder Lust, den Film zu gucken. Welcher Film? Na. Hobbit. Es gibt einen Film über den Hobbit? Wie wird es betont? Welcher Arbeit? Über Pippen. Ah ja. Schön, habe ich mich schlau gefreut. Mö. Alter, ist hier viel zum Entrümpeln. So. Huch. Urgotts. Ghosts meine ich, nicht Urgotts. 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 Der steht so breit bei nicht da. Der Zwerg im Hintergrund. Ah, wie ein Geisteskranker. Bein abgehackt. Wir sind sehr nah am Nest des Drachen. Und müssen jetzt vorsichtiger sein. Wenn Urgotts uns in der Luft entdeckt, kann er uns mit einem einzigen Feuerstoß niederstrengen. Es ist das Beste, wenn ihr zu Fuß weitergeht. Wir sollten uns auf seine Seite schlagen. Er ist cooler als der Drache. Äh, als der Adler. Das ist viel cooler als der beschissen Adler. Ich möchte mein Haustier hiermit gerne wechseln. Ich bin nicht euer Haustier. Jetzt schon. Nein. Warum auch? Aber Drachen sind für ihre scharfen Sinne berühmt. Ich befürchte, er wird uns schon sehen, hören oder riechen, lange bevor wir ihn zurückkommen. Dennoch. Wenn Agandars Scherben sich hier herumtreiben, kann es sein, dass der Drache uns zwischen ihnen nicht bemerkt. Weil die viel mehr stinken als wir. Dann lasst uns nicht länger zögern. Vorwärts, so was wir können. Nichts riecht so arg wie ein Ork. Ja, aber ich würde sagen, wenn wir das das nächste Mal hier weiter... Jo. Dann ist es zu nah gespielt für uns zwei. Und... Selbstverständlich. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal hierher. Und verbleiben mit besten Grüßen. Aus dem Auenland, was? Äh, was ist das nicht das Auenland? Es ist das Auenland, ich führe ihre Berge berühmt. Huch, ich hab auf deinen Arsch gezoomt. Das steht nicht. Wieso tust du das? Oh, es ist der Begleiter. Oh, sorry. Moment. Ihr seht euch so ähnlich. Äh, nein. Nein, 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 nein. Warte, ich kolme nur ganz kurz ein. Äh, gehst du weg. Hint fort. Hm. Abgespritzt. Fertig. So. Guck mal, der hat seinen Bogen schon geladen. Siehst du das? Nee, bei mir nicht. Bei mir ist die Dreiecke gespitzt. Jemand zieht an dem. Na gut. Ähm, ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss.